Hallo Frank. Hallo Sebastian. Du Frank, kann ich den IQXM eigentlich nur stehend montieren oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Du kannst ihn gerne alternativ auch hängend montieren und das zeigen wir euch im folgenden Video. Wir müssen als erstes die Verbindung zum Halter lösen. Als nächstes schrauben die beiden T6-Schrauben auf der Gehäuserückseite mit dem beigelegten T6-Schlüssel ab und ziehen den Gehäusedeckel einfach ab. Beachtet bitte, dass beim Abnehmen des Gehäusedeckels der innenliegende O-Ring nicht verloren geht. Dieser muss nachher beim Zusammenbau wieder exakt an diese Stelle eingelegt werden. Im nächsten Schritt hebelt ihr den Haltering vorsichtig vom Gehäuse weg und passt bitte auf, dass die Kabelfixierung, die eingelegt ist, nicht verloren geht. Wir legen die Haltefixierung wieder an die richtige Stelle ein und drehen jetzt den Haltering, weil wir ja hängend montieren wollen, um 180 Grad gedreht wieder auf das Gehäuse drauf. Wir legen den O-Ring wieder an die richtige Stelle auf. Als nächstes legt ihr den Gehäusedeckel wieder an die richtige Stelle. Achtet bitte darauf, dass die Bohrlöcher passend sind. Bringt die T6-Schrauben wieder in die richtige Stelle und verschraubt das Ganze wieder mit dem passenden Schlüssel. So sieht das Gesamtergebnis aus, wenn ihr fertig seid. Und nun ist der XM vorbereitet für die hängende Montage, wie in diesem Beispiel an unserem einarmigen Aluminiumhalter 470 LHA. Danke Frank. Jetzt wissen wir alle, wie man den IQXM auch hängend montieren kann. Sehr gerne Sebastian. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen für uns da, abonniert unseren Kanal und wir sagen vom ganzen Team von Busch und Müller herzlich Dankeschön.